Das Aufräumen ist gar nicht meins. Wann soll ich das bitte machen? Ich bin nur unterwegs im Winter bei den Skirennen, ansonsten nur auf Achse und freuen tut es mich auch nicht. Aber die CNP hat jetzt die Lösung. Ein Aufräumservice im Gate 17. Währenddem ich unterwegs bin, putzen mir die die Wohnung und wenn ich heimkomme, ist alles blitzauber. Das Aufräumservice der CNP im Gate 17 ist einfach vom Feinsten.